mal hier ein schlag und bamm haben wir gleich schon fertig mal die Sileskelette hier machen wir noch und dann müssten wir eigentlich fertig sein so und Level 30 dann machen wir jetzt Taghelle fast kaputter Bogen ist ja doll dann wird es nach Hause gelaufen und wie kann man das schneller machen als zu sterben ich meine das haben wir jetzt nur gemacht wegen dem Weg wisst ihr Bescheid hoppala sonst hätte ich hier wieder hin und her latschen müssen muss ja nicht sein oder habe ich das Zeug jetzt hingelegt überhaupt was habe ich unten in die naja es muss sich im Endeffekt doch noch einiges an hin und her laufen also lasst mich doch wir haben noch ein Schwein ich muss mal ein neues Schwein holen oder hatten wir überhaupt mal zwei oh ich weiße nicht scheiß Hof so jetzt mal runter so hier haben wir das genau ach so ja ob sie um das war ja auch vor und dann die Kulti peaceful schau Eisen haben wir dabei sind ja Dann gehen wir schnell zu unserem Amboss Und Sieht aus wie neu, ne? Dann wird es hier mal schön fleißig Weiter gemacht Ja Da wisst ihr Bescheid Das sah jetzt echt cool aus, ne? So, dann nehmen wir hier den ganzen Ranz mal wieder weg Den wir hier gerade nicht brauchen Ach, warte die Das kann ich auch weglegen So, ach, hier haben wir den ganzen Ranz, die wir vorher hatten Hier so Ne, da brauchen wir auch nicht, ne? Den kommen wir Cobblestone nehme ich schon mal ein bisschen was mit Ups, so Ne, ob das wird reichen Warte, den, äh, Redstone lassen wir noch Der machen wir erstmal hier oben die Ich weiß nicht, ob wir die Half Slabs auch Die nehme ich direkt mal mit Ne, das lasse ich hier Die nehmen wir mit Haben wir nicht mehr? Ups Ne, mehr haben wir nicht Och Da machen wir mal eben neue Zack, zack und zack Ja, jetzt haben wir genug Hier Ich will noch ein bisschen vorsichtshalb Aber wir müssen ja Oben die Wände sind ja momentan alle aus Den Stonebricks Das müssen wir jetzt alles austauschen Und das hier auch, ne? So Ups, da haben wir jetzt ein bisschen zu viel Was abgebaut Mal so, hier, zack Hier ran wieder Das jute Stück Komm jetzt hier Teure Stein Hier schön wieder dran So, 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 so Muss ja auch alles Ähm, mit rechten Dingen Und schön aussehen Und so, ne? Hoppala, so Du, 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 du Du, 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 du So Ähm Ich mach mal ein bisschen Licht Dann reißen wir hier die Wände mal ein Nein Lass die Facke stehen Scheiße Ah, daran hab ich ja erst gar nicht gedacht Ich fand, das ist ja auch das, was man jetzt von außen sieht, ne? Boah, das ist ein bisschen doof Oh, lass mich doch was dran jetzt hier So, dann hier So, komm jetzt So, und komm jetzt hier Und zack, zack Und zack, zack Und zack Dann setzen wir hier die Facke mal neu Nehmen wir mal eben raus Den Sand haben wir natürlich hier noch liegen Oh, nö So Dann machen wir da mal eben wieder Heile da oben Und machen auch direkt da, äh Den richtigen Stein rein So Dann geht's hier hoch Oh, es ist am Pissen Deswegen ist noch meine Framework gerade so runter Weather Clear Clear ist jetzt mal das Wetter hier Danke So Immer eben lang Und dann sagen wir mal den Sand auf Wollte eigentlich Schnee sagen, aber Ich hab keine Ahnung, wie ich jetzt hier auf Schnee komme Oh Scheiße Das ist der ganze Redstone Ja, der Sand muss jetzt eben warten Ich muss eben den Cobblestone retten Ach, den Redstone retten Bevor der Decade Ähm Bevor der hier verschwindet Das wäre sehr, 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 sehr ärgerlich Was backt denn das hier noch so rum? Okay Na egal, lassen wir das einfach mit in der Tasche Jetzt haben wir alles aber eingesammelt, ne? Ja, gut Dann machen wir eben den Sand da hin Und dann, äh Mach ich hier Da lang So, ähm So, gehen wir hier eben so Und dann Eben hier rüber Und zack Und hopp Und hopsala Und Zappalot Oh Nein So Und da müssen wir eben den Sand von hier holen So Erde nehmen wir uns auch schon mal hier ran So Und So Ne Hier hatten wir schon mal ein bisschen Erde so dabei Gut Ähm Ja So ist das richtig So ist das richtig Er will ja schon wieder nachts Oh Gott Mein Rücken Der macht mich fertig So Und dann begeben wir uns wieder mal runter Weil wir müssen ja auch hier Hier müssen auch nachts arbeiten 24 Stunden sind Ich glaube das sind hier irgendwie 8 Minuten oder sowas Ähm So Und dann gehen wir hier mal hoch Hörst du mich mal lang? Danke Und dann Oh ich habe mal wieder die schön Die Fable Musik Habe ich da irgendwie ein Fable für Hm So Wir müssen hier auch in der Höhe alles wegkaufen Und da drüber dann nochmal alles weg Weil dann die Decke da drüber kommt So Hier alles einfach weg So 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 Hier auch alles weg hier Kommen wir an die Erde rein Ach den Kommen wir an die Erde rein Hier machen wir eben noch eine Ding ins Reihen Dann kommt das hier auch nützlich weg So Und der Ach du Kacke Hier muss dann natürlich auch alles weg Nee das nicht Das kann bleiben So Dann kommt das hier alles weg Alles weg Ah komm So hier Ich glaube wir werden wir von außen einfach Wir werden einfach Erde oder irgendwas drüber schütten Weil sonst sieht das ja Hm Ne Ist grenzwertig Wie das dann aussieht So Wie gesagt nach außen soll es ja geil aussehen Aber hier innen drin Hier hinten So soll das ja auch So soll das ein bisschen runtergekommen So ein bisschen runtergekommener aussehen Durch außen soll das Wie ein Brucht Wie ein Prachtding Wirken So 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 Ja Alles weggeben Und dann Die Decke gleich hingezwiebelt So 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 Bis zum nächsten Mal.